Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich gefreut hat, dass Deutschland verloren hat im Viertelfinale. Bei der Euro. Bei der Euro, weil ich schlaflose Nächte schon hatte. Es war das Finale in Berlin. Wäre zehn Jahre One Night in Rio gewesen. Also wenn Deutschland im Finale gewesen wäre, dann wäre es. Es haben schon ein, zwei Leute angerufen davor und haben gesagt, nimm dir da mal bitte nichts vor. Da brauchen wir dich wieder. Ja, und ich hatte so blanke Angst davor, weil mir völlig klar ist, dass ich das nicht nochmal, ich hatte so viel Glück da in Rio. Nie im Leben hätte ich das nochmal leisten können, was ich da, auch überhaupt reinzukommen da, also da war so viel Zufall. Nie im Leben, also nie im Leben wäre das nochmal so passiert. Und es wäre alles, und gleichzeitig kann ich ja auch nicht sagen, ey, ich habe keine Zeit, ich muss, was auch immer. So, wenn der DFB ruft, wenn die Nationalmannschaft ruft, gibt es ja keine Meinung dazu, dass ich natürlich versuche dann zumindest irgendwie dort wieder saubere Dokumentationsfoto, also da gibt es ja, also da kannst du ja nicht Nein sagen. Das ist ja schon geil gewesen für dich. Aber ich habe wirklich nicht mehr geschlafen. Also so, ich war, ich hatte Albträume davon, dass ich da komplett versage. Also keine Sorge, eure Podcast-Abspielgeräte sind nicht kaputt, wir fangen etwas ungewöhnlich mit dieser Folge an, und zwar so. Paul, ich sitze hier gerade mit drei Kumpels beim ausgedehnten Frühstück und alle wünschen sich endlich mal den Paul-Ribke-Podcast-Update. Warum bist du so wahnsinnig, war die Frage. Nackt. Nackt kam hier gerade rein. Ich verrate dir nicht, wer hier da am Tisch sitzt, aber du kannst an den Stimmen vielleicht mal zuhören. Kennt ihr euch eigentlich nicht? Nee, wir kennen uns nicht. Aber ich bin gespannt auf den Podcast. Genau, auch dieser Herr würde sich das wünschen. Den Herrn hier kennst du, glaube ich, oder? Hallo, mein lieber Paul. Kennt ihr euch auch? Nee, ich habe auch keinen Bock mehr, das anzuhören. Also, Paul, komm vorbei. Du bist ja die Woche noch in Hamburg. Außerdem, Abendessenseinland steht auch noch aus. Sag mal Bescheid, wo du steckst. Ciao, ciao. Also, das war letzte Woche. Ich saß beim Frühstück mit den Herren, ihr habt es vielleicht rausgehört, zumindest in einem Falle müsste man es geschafft haben. Dabei waren Fabi Freese, sehr, sehr geschätzter, kreativer Werber, Unternehmer. Dann Dan Mark, Produktions- und Kino-Filmmensch und Steven Gäthchen. Und wir vier saßen zum Frühstück und haben die ersten 15 Minuten oder 20 Minuten nur über Paul Rybke gesprochen und dachte, das gibt es doch gar nicht. What the fuck? Wir sitzen hier zusammen und reden über Paul Rybke, hatten es lange nicht gesehen. Und dann dachte ich, okay, das heißt einfach, ich muss einen Podcast machen mit Paul und ich schicke dem aus dem Termin, aus der Frühstückssession, schicke ihm meine Sprachnachricht und das war die Nachricht. Und jetzt, drei, vier Tage später, sitzen wir hier. Hallo, Paul. Dein Wunsch ist mir befehlen. Jetzt natürlich die eine große Frage, wer von den dreien wollte nicht zuhören? Das ist das Problem, dass diese Werber, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Werber, weil die sind immer ironisch. Man weiß nie, ob sie irgendwas ernst meinen, ob das jetzt irgendein Sarkasmus ist, den man nicht mitgekriegt hat. Das ist ja schwierig, mit denen umzugehen. Ich fand es aber sehr geistesgegenwärtig von ihm, das so reinzuhauen, das war lustig. Und Fabio hat gesagt, ist wirklich ein sehr lustiger Typ. Also er war es, aber ich glaube, in Wahrheit würden sich das schon alle drei anhören, weil alle verfolgt haben, dass du deinen Lebenswahnsinn in den letzten Wochen aus meiner Sicht nochmal eine Etage hochgefahren hast. Und es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Ich war ja vor einigen Wochen auch bei dir im Podcast schon zu Gast und das ist ja dann als Gespräch fast so verlaufen, als ich Neugier noch war, was du alles so machst, weil es einfach krasser ist, als mein herkömmliches OMR-Leben. Jedenfalls, also fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe verfolgt, du warst jetzt, heute ist Montag, am Wochenende bei Rad am Ring. Korrekt. Das ist aber gar nicht so. Also dieses Wochenende habe ich, es sind 24 Stunden Fahrradrennen, da wird die grüne Hölle, wird aufgemacht. Ja, der Nürburgring. Das ist ganz schön für mich, weil da kamen die Leidenschaften Motorsport, habe in der Formel 1 gearbeitet, dann Rennradfahren, seitdem fahre ich sehr viel Fahrrad und sogar Musik, weil ich war drei, vier Jahre lang, habe ich dort Social Media gemacht bei Rock am Ring und hatte da, da war ich sehr, sehr, sehr stolz drauf, da hatte ich so einen Pass, mit dem ich delegieren durfte, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hätte das Festival abbrechen dürfen, weil vielleicht ich da keinen Bock mehr, also ich durfte, es war so ein ganz goldener Pass, wo ich halt überall reinkam und Fotos und Videos machen und deswegen war das ein lustiges Homecoming, weil alle Leidenschaften von mir zusammenkamen. Da fahren Leute 24 Stunden Fahrrad und also eine Sache war mir nicht ganz klar, weil ich ja nicht so vorbereitet in so Sachen gehe, dass da 590 Höhenmeter pro Runde sind, jede Runde ist 25 Kilometer. Wir sind jetzt 26, 27 Runden gefahren, glaube ich, als Staffel, wir sind eine Achterstaffel gefahren, ich bin nicht alleine gefahren, dementsprechend, das war jetzt, ich bin halt dreimal da eine Runde gefahren und das geht schon, aber da gibt es wirklich Leute, also A, wirklich von bis, also so mit Klapprädern fahren da Leute, da fahren Leute, das ist wie so ein, wenn die Kühlbrandbrücke aufmacht für Fahrradverkehr oder sowas, also wirklich sehr, sehr, sehr viele Fahrradfahrer, 6.000 AthletInnen, die da unterwegs sind, auf dem Nürburgring, ein Riesenevent, völlig wahnsinnig. Wer ist der Veranstalter? Rad am Ring e.V. wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Sehr, sehr nette Leute, die habe ich kennengelernt, die machen, die sind beim Nürburgring gewesen, ich glaube, der Nürburgring selber ist Veranstalter und, also was total abgefahren ist, du fährst die grüne Hölle und dann die Grand Prix-Strecke, die ja viel, viel kleiner ist und oben drauf nur und da campen alle, also das ist eigentlich der geilste Bereich, weil du fährst ja immer da durch und rechts und links von der Straße sind so offene Camping-Situationen und alle campen zur Straße hin, weil die alle Staffeln fahren, also alle, also fast alle fahren Staffeln. Das heißt, du gehst zu acht, zu sechs, zu viert, zu zweit dahin und sagst, wir fahren jetzt 24 Stunden Fahrrad. Weil wir zu acht da fahren, ich hatte eine Staffel, ich habe eine Staffel gestellt mit einem Partner von mir, AG1, die haben, die sind der Sponsor und haben dann, glaube ich, einen Staffelplatz bekommen und den habe ich, den habe ich dann bekommen, habe sieben Leute ausgewählt. Das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, wenn man optimalerweise als Partner auch ein bisschen in den Hintergrund geht und eher so Enabler wird, damit in dem Fall sieben Leute vielleicht… Was für Leute? Also wo kommen die her? Die habe ich ausgewählt. Im Newsletter, im Dings, das waren GewinnerInnen, die, also sowohl Frauen als auch Männer, die allesamt besser Rennrad fahren als ich. Also das hatten sie alle gemeinsam, deswegen war ich auch… Gar nicht mehr so einfach, das muss man sagen, weil… Ja, am Berg, am Berg bin ich echt schwach. Also 600 Höhenmeter ist echt asozial, ne? Also so, das ist für mich, das kann ich überhaupt nicht. Ich wiege immer noch 100 Kilo, ich bin am Berg der Schwächste der Welt. Also es ist wirklich, einfach wirklich ganz, ganz, ganz. Ich bin Flachlandfahrer. Ich bin oft, ja, flach kann ich okay Fahrrad fahren. Aber wir haben jetzt ja sozusagen hinten angefangen beim letzten Wochenende deines Lebens, aber das letzte Mal, dass du im Podcast warst, um mal vorne anzufangen. Anderthalb Jahre her, zwei Jahre her oder wirklich lange her und immer super Folgen. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wo du eigentlich herkommst, wie es alles angefangen hat, müssen wir jetzt dieses Mal nicht machen. Die meisten Hörer werden auch schon was von dir gehört haben, nehme ich an. Also sehr erfolgreicher Ex-Fotograf, Ghost-Influencer, lebt überwiegend in Kalifornien, hat eine eigene Modemark und macht eine ganze Menge Quatsch. Aber sehr erfolgreichen Quatsch, zumindest so meine Wahrnehmung. Und jetzt auch sehr viel Sportquatsch. Da würde ich aber sofort einhaken, weil für dich, also als du bei mir zu Gast warst, haben wir ja sehr auch über dein Interesse an Geld und an Umsatz und an solchen Zahlen. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade drei, vier Monate hinter mir, die betriebswirtschaftlich richtig katastrophal waren. Also weil ich so Sachen, und wenn wir das jetzt ein bisschen aufklustern vielleicht, also ich habe zum Beispiel eine Langdistanz im Triathlon gemacht, was ich irgendwie lustig fand. Und jetzt habe ich aber die Abrechnung bekommen. Ich habe da auch Leute eingeladen und so. Das konnte man gewinnen. Da waren dann irgendwie 30 Leute, die das mit uns gemacht haben in Summe. Das hat mich in Summe 17.000 Euro gekostet. Nur der Wettkampf? Die ganze Veranstaltung. Das ist ein Wochenende, da kommen ganz viele Leute hin. Und irgendwie habe ich versäumt. Du bist auch selber organisiert dann. Ja, und ich habe auch ein bisschen versäumt, Partner zu finden. Oder überhaupt zu suchen. Also danach habe ich mich jetzt dann schon gefragt, so, warum machst du das eigentlich? Und ich glaube, in deinen Augen wäre ich zwar vielleicht persönlich erfolgreich, weil ich das geschafft habe. Aber betriebswirtschaftlich war das richtig dumm. Also richtig dumm. Aber ich hätte sogar vermutet, dass bei deinen Reichweiten, wenn du da jetzt die ganzen Menschen hinholst, dass dann auch Partner inbound sagen, okay, der Ripke macht jetzt hier so einen Langdistanz-Triathlon. Da kommen Leute hin, dass du das alles in Social Media verbreitet. Da will ich dabei sein. Aber das war nicht der Fall. Ich habe gar nicht erst gefragt. Also wir haben gar nicht, es war auch ein bisschen, ich habe es schon auch sehr verkopft. Also wenn wir das kurz aufklastern, das war, wir haben letztes Jahr bei Challenge Rot, was der größte Triathlon, ich glaube, der Welt ist, was Zuschauer angeht. Hawaii ist wahrscheinlich ein bisschen größer. In Rot in Deutschland, ja. Voll geil, riesengeile Veranstaltung. 200.000 Leute auf der Straße. Ultra viele Helfer, die da am Start sind. Wirklich beeindruckende Veranstaltung in Rot, in der Nähe von Nürnberg. und ein Ort, der R-O-T-H geschrieben wird. Allerdings, der Triathlon-Sport hat auch im Amateurbereich sehr viele Regeln, sagen wir es mal so. Und wir haben diese Langdistanz als Staffel gemacht. Da ist jemand geschwommen. Ich bin in Fahrt gefahren. Jemand anderes ist gelaufen, Eugen von den Craftrunners. Und wir haben dann versucht, einen Twist reinzubringen und haben das in Birkenstocks gemacht. Also ich habe damals Jesus-Handals gemacht, weil nach wie vor bin ich leider nicht in einer Partnerschaft mit Birkenstock. Und dann haben wir quasi so ein kleines, virales, trotteliges Video daraus gemacht, was auch sehr viral gegangen ist. Aber wir haben natürlich uns nicht jetzt an alle Regeln des Triathlonsports gehalten, wie zum Beispiel kein Handy benutzen. Also ich bin immer rechts rangefahren, habe ein paar Insta-Stories gemacht. Davon gibt es Fotos, da sind wir disqualifiziert worden. Dann haben wir Musik gehört beim Laufen. Dann haben wir Insta-Stories generell auch mal beim Laufen. Und der Eugen ist den Marathon, der dazu auch in Birkenstock gelaufen ist. Scheiße, ne? Also ich bin eigentlich noch ganz gut weggekommen. Und er ist die erstes in... Alter, schön. Das war echt krass. Und er ist es noch dazu erheblich schneller, als ich meinen Marathon gelaufen bin. Und er hat natürlich auch sauviel Leute überholt. Und genau die Leute, manche Triathleten, nehmen das ja doch sehr, sehr, sehr ernst und wollen dann halt nicht von jemandem überholt werden in Birkenstocks. Das verstehe ich schon. Aber gleichzeitig auch ein bisschen einmal durchatmen. Wir wurden disqualifiziert und wir haben richtig Shit bekommen danach. Also ich habe selten so viel Hass-Mails und Nachrichten bekommen, wie von der Triathlon-Gemeinde. Warum auch immer? Interessanterweise auch gar nicht Leute, die da waren, sondern Externe, die sich darüber aufgeregt haben, wie wir uns da verhalten haben. Ich und Eugen, Eugen und ich, haben dann überlegt, warum ist das eigentlich so? Und kann man das nicht ein bisschen anders machen? Gleichzeitig finden wir den Sport total interessant. Also so eine lange Distanz ist ja wirklich eine krasse Herausforderung. Iron Man heißt es normalerweise. Also vier Kilometer schwimmen fast, 180 Rad und dann noch ein Marathon laufen. Und das ist ja schon was. Ich habe ja nachgeschaut. 0,05 Prozent der Menschheit haben das geschafft. Und das ist ja schon was, was so ein Lebensziel eigentlich wäre für einen aktiven Menschen. Aber du bist da in der Staffel, also du bist da nicht gelaufen. Genau, da bin ich nicht gelaufen. Da bin ich nur Fahrrad gefahren. Deswegen haben wir aber vielleicht auch, weil wir so manchmal, in Kalifornien ist Weed ja legal. Und deswegen habe ich manchmal ein bisschen dumme Ideen, wie gesagt. Hast recht, wenn ich ein paar Gummibären gegessen habe. Und in dem Fall war es so, dass sich eine Stadt gefunden, also die Tatsache, wir sind disqualifiziert worden danach. Da fahren auch wirklich Leute auf so Vespas rum und schreien eine rote Kadde. Also in so Fränkischem, weil du halt disqualifiziert wirst. Gleich gibt es eine rote Kadde. Gelbe Kadde erstmal. Also du wirst halt dort sehr schnell disqualifiziert. Zumindest, wenn du den Regeln natürlich nicht entsprichst. Und deswegen haben wir aber einen Ort gefunden in Bayern, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Der heißt Grün mit K. K-R-Ü-N. Da habe ich gesagt. Also nicht rot, aber grün. Dann müssen wir ja da eine Challenge grün machen. Also es heißt Challenge Rot, weil die nicht von Iron Man sind. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir das in grün. Und wir machen es so, dass bei uns gibt es, die Ampel ist auf grün. Alle Regeln, also es gibt keine Regeln. Und wir machen es sozial gemeinsam. Und haben quasi dann beschlossen, dass wir da eine eigene Veranstaltung machen, die am gleichen Tag wie Challenge Rot ist, mit der gleichen Startzeit, mit der einzigen Voraussetzung, dass du in 17 Stunden da ist Cut-Off. Also da machen die zu. Das ist bei uns auch so. Alle anderen Regeln gibt es bei uns nicht. Und wir machen es einfach als 20 Freunde gemeinsam. 20, deswegen, weil dann kannst du noch Rad fahren. Mit einer Gruppe von über 28 kassiere ich die nächste Anzeige für eine Veranstaltung. Das habe ich schon mal zwei, drei gekriegt. Ach, dann musst du dich dann schon anmelden. Genau. Dann wird es eine Demonstration anscheinend in Deutschland. Ich weiß nicht, ich bin kein Rechtsanwalt, aber deswegen haben wir das klein gehalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen waren wir da. Deswegen habe ich dann gesagt, wie das dann läuft. Ich habe dann irgendwann drei Pensionen geblockt, damit 30 Leute überhaupt da schlafen können. Dann war es gar nicht so einfach, 30 Leute zu finden, weil es ja schon eine Langdistanz ist. Also es ist schon auch sportlich. Wir wollten aber auch, da hätte auch jemand nur laufen oder nur Rad fahren können. Aber auch das ist gar nicht zu unterschätzen. Weil wenn du eine Million Followern einmal kurz drauf drückst, kommen nicht 30 Leute zu finden? Nein, kommen zehn vielleicht oder sowas. Also die wirklich ernsthaft sind, wo es auch nicht, wäre mal geil. Und dann sagst du, ja, bist du am Start? Und dann sagst du, ja, kann doch nicht. Und dementsprechend war es da. Da habe ich dann wirklich so ein bisschen den Moment verpasst, zu überlegen, wir bezahlten das eigentlich. Und habe dann Leute eingeladen. Und irgendwann, also ich mache das, es war alles cool und so weiter. Waren denn die Rotkollegen sauer? Nein, das ist eine Familie, die es veranstaltet. Die finden es auch super. Und die finden, die fanden es auch cool, glaube ich, dass wir, also zumindest haben wir mit denen Kontakt gehabt, dass wir da mal eine andere Audience hingebracht haben. Weil durch unsere Videos, durch unsere Zielgruppen, das sind ja Leute, die normal nicht vom Triathlon hören, zumindest. Also du hast auch noch nicht so richtig viel von Rot gehört. Und dass das da mal stattfindet, ist eher eine gute Sache für die Sache. Und alle professionellen Athleten fanden das auch eher lustig, die ich kennengelernt habe. Die Amateure fanden das irgendwie nicht gut. Und ich glaube aber auch, dass du, also wenn du Triathlon ernsthaft machst, dann isolierst du dich ja auch. Also dann verbringst du nicht mehr so viel Zeit mit anderen Menschen, weil du so viel trainieren musst, dass du allein da unterwegs, vielleicht gehen dann die Antennen auch irgendwann mal ein bisschen falsch von den Leuten. Aber hast du diese Challenge grün, die du ja gemacht hast, hast du dann durchgehalten? Ich meine, du musst ja am Ende einen Langdistanz-Trainer machen. Genau, das haben wir, wir satteln das Pferd falschrum auf gerade. Das war, und das muss ich wirklich sagen, das war eigentlich das krasseste, was ich je gemacht habe sportlich. Weil wir, also wir haben uns dann getroffen da und wir hatten vor vier Leute, ein amerikanischer Freund von mir, Eugen und Leo, das sind die Craftrunners aus Berlin. Alle vier wollten alle drei Disziplinen machen. Und mein amerikanischer Kumpel ist schon beim Schwimmen ausgestiegen. Das heißt, wir waren noch zu dritt. Und wir sind geschwommen, haben danach anderthalb Stunden Pause erstmal gemacht, nochmal gefrühstückt. Wir haben das relativ entspannt angegangen. Dann war aber beim Fahrradfahren waren es elf Grad, peitschender Regen von der Seite. Also so, dass wirklich, ohne Scheiß, jeder Fahrradfahrer wäre nach zehn Minuten vom Rad gestiegen, weil es keinen Sinn macht. Also so, die Schuhe waren patschnass und da mussten wir 180 Kilometer mit auch echtamtlich Höhenmetern, weil da gibt es nichts Flaches um Grün herum. Wir haben alle, also die Leute konnten nicht mehr reden vor Unterkühlung. Wir haben einmal, alle 45 Minuten haben wir eine heiße Suppe Pause gemacht, weil wir sonst komplett, also ich war so fertig. Ich messe ja so meine Belastung mit Whoop, Partner von mir, sensationell das Produkt, wo man sowohl den Schlaf als auch die Belastung des Tages sieht. Es geht von 0 bis 21. Wenn du über 20 bist, hast du schon richtig krass was gemacht. Also da bist du mindestens 200 Kilometer Rad, was auch immer. Ich war bei 20,5, was all out, was auch immer ist, bevor ich den Marathon gelaufen bin. Und also ich kam vom Rad runter und mein Lifestyle-Tracker hat mir gesagt, ich habe eine Push-Nachricht gekriegt, du hast dich heute überlastet, bitte leg dich jetzt ins Bett, damit du morgen wieder mehr Zeit zum Recovern hast. Und ich so, na, ich muss noch einen Marathon laufen. Aber du hast alles, das ganze Paket dann unter 17 Stunden geschafft. Genau, acht Minuten schneller, also wirklich auch nicht besonders viel schneller. Und der Marathon war so, dass... Hast du eine Marathon-Zeit für alle Profis? Fünf Stunden 20 oder sowas, also ich bin wirklich auch viel gegangen, da waren auch wieder Höhenmeter drin und so weiter. Also ich habe da ab, also ich habe wirklich, also ohne Scheiß, Philipp, ich saß da in den Pausen, also da war immer so fünf Kilometer Runden, sechs Kilometer Runden und dann habe ich mich kurz hingesetzt und mir sind die Tränen runtergelaufen. Also ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich so leer vom Willen war. Meine Tochter, die ist 18, die ist mit mir einen Halbmarathon mitgelaufen und ohne die hätte ich das nicht geschafft. Meine Frau ist zwei Runden mitgelaufen, das war, also meine ganze Familie war so da und hat mich supportet und hat mich zugelabert beim Laufen, damit ich irgendwie Abwechslung bekomme, die sind mit Boxen mitgelaufen. Aber ich war noch und ich habe das nur... Aber du am Ende wolltest es ja nur machen, um es dir selbst zu beweisen. Es gab jetzt kein Preisgeld, es gab keinen Partner oder keine Verpflichtung. Du wolltest es für dich machen. Es gab die große Fresse von mir, die ich ja wirklich... Also ich reiße ja den Mund. Also wenn ich sowas mache und da triffst du schon richtig den Punkt, wie ja ein bisschen ironisch an Rot-Grün, an Regeln brechen, anders machen, dann muss ich schon auch deliveren. Also ich kann nicht die Fresse so aufmachen, wie ich sie aufgemacht habe und eine eigene Veranstaltung am gleichen Tag wie Rot zu machen und sagen, Triathlon geht auch mit Spaß und dann nicht deliveren. Und deswegen, ich hatte schon einen sehr großen innerlichen Druck, dass ich das jetzt schaffe. Und du bist halt ja auch schon zwölf Stunden unterwegs. Da hörst du doch nicht auf. Also da war es... Aber ich muss... Also mein Wille war auf Null nach fünf Kilometer laufen und ich habe da noch 40 vor mir, also so oder 38 und war so... Und es war auch nicht sportlich. Also es ging nicht um die Ausdauer da. Es ging nur über den Willen, wie ich... Ich war leer. Ich war komplett leer. Aber um das sozusagen... Das ist jetzt ja nur die eine Spitze des Eisbergs. Ich hätte sogar gedacht, dass eine andere Spitze des Eisbergs an anderer Stelle noch krasser ist. Und zwar hast du mir erzählt, dass du ein Programm gemacht hast, also vor dieser Challenge grün, hast du June to the Moon gemacht. Lustige Namen, oder? Hast du June to the Moon auch von dir ausgedacht? Genau. Das habe ich mir im Mai... Und sowas ist halt... Also ich habe dann im Mai irgendwann gemerkt, scheiße, da kommt ja die große Fresse, Paul aufgerissene Challenge grün um die Ecke im Juli. Ich musste im Juni echt nochmal ein bisschen Sport machen. Also ich muss mich da nochmal ein bisschen fit machen. Und da habe ich gedacht, was bei mir funktioniert, und das ist nur eine individuelle Sache, ist, wenn ich es öffentlich mache, ist ja die Accountability ein bisschen höher. Und dann mache ich es halt auch. Und dann ziehe ich es auch durch. Und das mache ich schon immer mal wieder. Ich habe letztes Jahr August Attack gemacht. Da musste man jeden Tag eine Meile mehr laufen. Und es ging auch bis 16, 17, 18 oder so, 20 sogar, glaube ich. Und hat eine kleine Belohnung gekriegt. Und da habe ich aber zum ersten Mal gesagt, okay, ich mache es bewusst so spitz, wie es nur irgendwie geht. Und auch so einfach, wie es nur irgendwie geht. Und habe halt gesagt, ich mache eine Wette mit dem Internet. und fairerweise, ich habe es nur auf Deutsch gepostet. Das führt dann dazu. Aber dann nochmal, du hast ein Einkommen mit ein Millionen Menschen oder so? Ja, aber davon sind nur 250.000 in Deutschland. Na, 500.000 in Deutschland. Aber ich erreiche eigentlich nur 250.000 in Deutschland. Okay, aber den hast du angeboten. Genau, wenn du mich schlägst, jeden einzelnen Tag im Juni in den vier Disziplinen, Laufen, Schwimmen, Radfahren oder YouTube-Workouts. Das sind die vier Sachen, die ich mache. Ich poste, ich schreibe dir eine Mail abends. Heute habe ich das gemacht. Du musst am nächsten Tag also dann das Gleiche machen und ein bisschen mehr, einen Meter mehr reicht. Also du musst einfach das Gleiche machen. Dann gebe ich dir am Ende vom Juni 1.000 Euro bar auf die Hand, wenn du das jeden einzelnen Tag machst. Fand ich eine lustige Marketing-Aussage. Auch von so einer, weil so spitz, also es ist ja wirklich, also am ersten Tag haben sich 1.214 Leute angemeldet. Am ersten Tag, wenn ich da nicht, also da hätte ich. Dann hat man so einen Google-Doc gepostet, da konnte man sich eintragen oder was. Genau. Dann hast du den Namen gesehen von den Leuten und dann ging es los. Genau. Und dann wäre ich 1,2 Millionen in Miesen gewesen am ersten Tag. Und ich sage es, wie es ist. Hättest du es leisten können. Also wärst du dann pleite gewesen, wenn die jetzt alle durchgezogen wären? Privat-Insolvenz, Digga. Lernst du? Na klar. Ich habe keine 1,2 Millionen. Ich habe überhaupt kein Vermögen. Das weißt du doch. Ich bin nicht vermögend. Ich gebe alles immer aus. Okay, aber das heißt, du hast 1,2 Millionen. Durch so einen Schwachsinn zum Beispiel. Du warst virtuell schon pleite. Ich war virtuell pleite. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich sogar hätte Insolvenz anmelden müssen nach Insolvenzrecht. Also ich weiß gar nicht, wie das so ist. Du hättest ja eine positive Fortführungsprognose, gibt es glaube ich, dass man sagt, man glaubt dir noch an die Fortführung. Die war ja noch am 1. Juni wahrscheinlich da. Das war okay, die Typen packe ich jetzt. Genau. Und habe ich dann auch, also ich habe dann auch Gas gegeben und habe dann durch so Sachen wie 250 Kilometer Fahrradfahren einmal an einem Tag, so am achten, da habe ich dann 800 Leute rausgeschmissen, weil das ist ja dann echt grenzwertig, 250 Kilometer schaffen nicht viele Leute an einem Tag. Erst recht, wenn man nicht vorbereitet ist. Die kriegen die Mail ja erst am Morgen oder in der Nacht und kriegen dann gesagt, jetzt musst du 250 Kilometer, da sind sehr viele ausgestiegen. Obwohl ich es fairerweise am Wochenende gemacht habe. Und irgendwann sind aber so, und da haben wir uns getroffen, da nachdem wir aufgenommen haben, bin ich von Hamburg nach Berlin gefahren. Ich habe halt dann so Quatsch gemacht, bin in der Hälfte des Monats bin ich nach Deutschland auch rüber und habe dann hier wirklich, und das muss man, also ich habe jetzt im Juni auch echt nicht so viel gearbeitet. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ja, aber sehr viel Sichtbarkeit. Ich meine, wer alles über dich spricht, das haben alle wahrgenommen. Genau das ist die Frage, die habe ich mitgebracht zu dieser Aufnahme, wie du sowas bewerten würdest, weil du ja eine andere Meinung dazu hast. Also ich habe tatsächlich Content gehabt, also für mich auch. Ich persönlich bin so fit, wie ich noch nie war. Es hat tierisch Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig Bock gehabt, weil ich ja wirklich auch taktisch mir überlegt habe, was passiert und wie geht es. Und am Ende sind aber so, nach zwei Wochen waren noch 18, 19 Leute da. Und da habe ich dann schon 300 Kilometer am Tag, an einem Werktag. Also das ist dann schon so, das ist so kremstwürdig. Was ist das für Leute, die das machen können? Also ein normaler Mensch hat ja irgendwie Verpflichtungen. Naja, aber so, also ganz so einfach, also es sind richtig krasse Motherfucker, muss ich ehrlicherweise sagen. Es sind wirklich beeindruckende Leute, es sind zwei Frauen noch dabei gewesen, also nicht nur Männer auch. Und man, also da waren sehr viele auch berufstätig. Die halt tatsächlich, Lehrer, jemand im Schichtdienst, Leute, die das alle, also eins haben sie gemeinsam, die haben alle das als Mission gesehen. Also die haben alle, ihre Familien haben ihnen geholfen, ihre Freunde haben ihnen geholfen, ihre Partnerinnen haben ihnen geholfen. Und die haben, also teilweise saßen die halt, du musstest ja, also das Allerschlimmste war ein Tag, wo ich 402 Kilometer gefahren bin. Davon wussten die nichts. Und die haben um 0 Uhr die E-Mail gekriegt, heute musst du 402 Kilometer fahren. Also wir reden Hamburg, Berlin, das sind 300 Kilometer. Das ist, zumindest wenn man bei Komoot, bei dieser App nachguckt, da gibt es schon auch so Wege, wo häufiger auch das geplant ist, für Leute, die das in einem Tag machen. Also das gibt es schon. Ich habe das persönlich mit einem Kumpel mal gemacht, vor ein, zwei Jahren. Und habe das in zwei Tagen gemacht, weil ich es in einem Tag niemals geschafft hätte. Also wir sind da losgefahren, es hat auch dann leicht geregnet. Wir sind dann, glaube ich, am Tag so 130, 140 Kilometer gefahren und am nächsten Tag den Rest. Und das war schon so, wo ich dachte, okay, mein Hintern tat weh, das war viel. Also ihr habt das an einem Tag durchgezogen, die 300. Und da dachte ich mir, okay. Und dann kommst du mit 400 um die Ecke, bist von Hamburg nach Münster gefahren, glaube ich, ein paar Tage später. Und dann hast du in Münster geduscht und eine Stunde geschlafen und dann bist du weitergefahren. Genau. Der letzte Tag war 400 Kilometer, der Tag davor war 291. Also ich bin wirklich, ich bin 43 Stunden am Stück Fahrrad gefahren. Mit einer Dreiviertelstunde Duschpause zwischendrin. Aber ich habe nicht geschlafen. Also 700 Kilometer in zwei Tagen. Ja. Und davor bin ich hier im Aspria 10 Kilometer geschwommen und 24 Kilometer gelaufen. Also ich habe es mir am Ende schon gegeben. Aber man sagt, dass ich noch mal, also ich bin jetzt auch irgendwie nicht unfit. Das ist null Chance, dass ich das schaffen würde. 700 Kilometer in zwei Tagen. Aber ich habe ja zwei, also es sind zwei, drei Sachen da passiert. Und deswegen, also erstens habe ich die ja leider auch im Juni davor, es war ja schon der 24. Juni, die waren natürlich genauso fit wie ich, weil die ja alles genauso gemacht haben, was ich gemacht habe davor. Und also ich habe für mich das schon auch so raus, also wie weit kann man sich denn hoch trainieren in einem Monat? Und die Antwort ist, auf 700 Kilometer Fahrrad fahren in zwei Tagen immerhin. Also so, das kommt mir noch härter vor als der Triathlon. The Ironman war viel härter. Also viel härter durch den Regen, durch die Belastung und durch die Tatsache, dass ich wirklich, ich bin halt auch dumm, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass du noch einen scheiß Marathon am Ende, den kannst du nicht joggen. Also auch joggend ist es einfach der Tod. Also es ist so asozial wie nix, was ich je, weil einfach all deine Willensguthaben sind leer. Ich ziehe so viele Hüte vor Jonas Deichmann, der das jeden scheiß Tag macht, seit fucking 80 Tagen. Also ich check es nicht, wie der solche Willenkonten haben kann. Für mich war das mit großem Abstand viel, viel schlimmer, als die sie mal hier waren. Also Jonas Deichmann, auch ein deutscher Sportinfluencer, der seit jetzt einigen Tagen, also seit einigen Monaten, einigen Wochen, jeden Tag ein Trier dann macht. Eine Langdistanz. Jeden Tag steigt er um sechs Uhr morgens rein, kommt teilweise um zehn Uhr abends zum Laufen und schläft und dann wieder täglich grüßt das Moment. Will 120 schaffen und wird es auch schaffen, weil der der krasseste ist einfach. Was ich aber meine ist, also ich habe unterschätzt, dass ich die hochtrainiert habe, deswegen waren die fit. Ich habe unterschätzt, wie das Ding ging schon lange nicht mehr um die tausend Euro. Ist ja auch ein, Wie viele waren am Ende noch dabei? 13.000 habe ich geschlagen. Du hast dann 13.000 Euro ausbezahlt. Korrekt. Und Ryzen ist noch mit draufgegangen, die haben nochmal 1.000 Euro von Ryzen als Sponsoring bekommen. Das heißt, aber nur um es zu sagen, die haben ihren kompletten Juni eigentlich geopfert, also auch sozial. Also ich glaube, du kannst eigentlich keine Freundschaften mehr pflegen, wenn du so einen Schwachsinn machen musst. Für 1.000 Euro und 1.000 Euro Radklamotten von Ryzen. Also das ist, da ging es lange nicht mehr ums Geld. Also es war denen total egal. Es ging nur noch ums Ankommen, ums Durchziehen, ums Hinmachen. Und also ich persönlich muss auch, also für mich, es war ja auch alles ein großes Experiment. Also ich habe die Leute kennengelernt inzwischen. Ich habe die nach Grün eingeladen zum Beispiel. Also die waren, sechs davon waren da dabei. Und das war sehr, sehr lehrreich. Also es war eine Sache unbestritten, die sind natürlich sportlicher als ich. Ich bin 43, also wie will ich denn auch davon, also sportlich sind die klar fitter als ich. Die sind auch talentierter als ich in den jeweiligen Sportarten. Keine Chance, die zu schlagen. Aber da waren welche so Ex-Profisportler oder sowas? Ja, Nationalmannschaft, Rennrad, Fahrrad zum Beispiel und so weiter. Aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich vorlege. Also es war eher so ein spielerischer Bereich. Für mich war es faszinierend zu sehen, die haben sich zusammengeschlossen, die haben sehr viel untereinander kommuniziert, was sehr smart ist. Und die haben zwei Sachen gemacht. Die haben erstens komplett alle meine Leistungsdaten der letzten vier Jahre ausgelesen. Das kriegst du halt über Strava, über Whoop, also wenn du richtig, richtig tief dickst, dann kriegst du halt raus, wozu ist Paul eigentlich physisch fähig. Das kriegst du ja berechnet dann so ungefähr. Das heißt, die wussten, dass ich eben nicht 500 Kilometer am Tag fahren kann. Die wussten, wenn ich krass bin, dann kriege ich das und das hin, aber mehr eben auch nicht. Das heißt, die waren ein bisschen, die haben sich wirklich reingeneutert. Und dann haben sie eine zweite Sache gemacht. Und die kannst du mir wahrscheinlich besser erklären, weil ich weiß es nicht ganz genau, was es ist. Die haben eine Monte Carlo Simulation gefüttert, weil der eine beim Statistischen Institut Leipzig was auch immer gearbeitet hat. Und da haben die alle verfügbaren Daten von mir der letzten zwölf Jahre aus dem Internet gezogen. Und es gibt halt viele Daten von mir. Und ich schwöre dir, der hat mir Sachen gezeigt, die das ausgespuckt hat, die Simulation, was die Wahrscheinlichkeit ist, was am nächsten Tag passiert. Und die letzten vier Tage haben genau so gestimmt mit dem, was ich vorhatte. Exakt auf den letzten Kilometer wussten die, was die Wahrscheinlichkeit war. Die hat funktioniert, die Monte Carlo Simulation. Ich habe das verändert am Ende. Weil, also, um es kurz abzuschließen, in der Hälfte, als wir aufgenommen haben eigentlich. Ein bisschen Juni, ja. Da war die Hälfte des Junis, da bin ich nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren. Und danach ist bei mir auch ein bisschen was geswitcht, weil ich so, ich habe gar nicht mehr, also ich war sehr kompetitiv davor und war so, ich will sie alle schlagen. Ich will alle rausschmeißen und so. Und irgendwann fängst du aber natürlich auch an eine Beziehung mit denen. Also ich habe den ganzen Juni mit denen verbracht und so weiter. Und ich war irgendwann, war ich so, ich will eigentlich gar nicht mehr, dass irgendjemand jetzt wirklich richtig rausfliegt. Gleichzeitig will ich auch nicht 18.000 Euro bezahlen. Das war so ein bisschen schizophren bei mir. Und ich habe relativ klar Abstand genommen von Sachen, die eben kein fairer Wettbewerb mehr gewesen wären. Ich hätte ja schon, keine Ahnung, ich hätte auf den Brocken fahren können und den immer abfahren und irgendein Heli fliegt mich hoch. Das haben wir da so aus Gag besprochen, glaube ich. Ich hätte ein Schwimmbad mieten können und 24 Stunden schwimmen können. Es gibt kein Schwimmbad, was 24 Stunden auf hat. Also ich hätte ja schon ein paar Sachen machen können, die einfach unfair gewesen wären. Ein Heli immer hochfliegen lassen, dann immer nur die Abfahrt. Das ist egal. Und habe halt für mich überlegt, und das hat schon geswitcht, also am Ende habe ich eigentlich nur Sachen gemacht, die ich, und ich war auch sehr transparent, wenn jemand mich was gefragt hat. Wir haben ja kommuniziert und die haben dann schon auch gesagt, Alter, an dem Tag habe ich Geburtstag oder so. Dann habe ich gesagt, ja, musst du ja ein bisschen Zeit nehmen. Also so, ich habe totales Mitleid mit Leuten, die raus, sind ja noch fünf Leute leider rausgeflogen. Aber ich habe eher mir überlegt, was ist eine krass, wie haben, wie belohnen, also es ging eher um eine Belohnung. Also wenn das nächste Mal jemand über Community spricht, oder Nähe zur Community und leidensfähige Community. Also hier ist sie. Okay, verstanden. 13.000 muss ich bezahlen. Ist es das wert gewesen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja den Podcast angefangen mit der Story, dass wir darüber sprachen, und das sind jetzt Leute, die in allen Ecken der deutschen Medien- oder Marketingwelt, wo wahrscheinlich auch der härteste Kern deiner Follower zu Hause ist, würde ich tippen, da reden Menschen drüber. Ich bin häufiger gefragt worden. Auf jeden Fall. Also so viel Aufmerksamkeit und so guter Content für 13.000 Euro, das erscheint mir auf jeden Fall sinnvoll. Und ich meine, was andere Menschen versuchen mit 13.000 Euro und was dann irgendwie einen Bruchteil oder dann minimal diese Reichweite bringt, was es mit deinem Körper gemacht hat und so, das ist eine andere Frage. Aber rein wirtschaftlich gesehen, den Deal muss man machen, glaube ich. Und ich habe jetzt keine Engagement-Zahlen, habe jetzt deine Stories nicht geguckt, aber nicht die Zahlen dazu. Aber ich würde tippen, dass es auf jeden Fall lukrativ ist. Und wenn du mir sagst, ich könnte für 13.000 Euro diese Art von Buzz erzeugen rund um mich und mein, also wir sind da anders, aber ich würde das zumindest als wirtschaftlich sinnvoll erfassen für mich. Aber sag mal, kurze Nachfrage, sind die Markenwerte positiv in dem Fall? Weil darüber habe ich mich mit meinem Team teilweise bestritten. Leute, wir gucken ja auch, vergleichen sich mit dir und Sport ist ja eine total positive Sache. Du motivierst ja auch. Also ich finde, da ist nichts daran negativ. Du hast jetzt auch gerade diese Fairness beschrieben, auch diese Inspiration, Leute darin mitzunehmen. Also ich finde das super. Ich meine, ich mache ja wirklich, tue mich ja ein bisschen schwerer, so in die Öffentlichkeit zu gehen oder mache dann meine kleinen Klimmzug-Sachen. Aber auch da, das erleben bei uns im Büro, wie viele Leute dann intern nur sagen, mache ich jetzt auch mal ein paar hier, wenn der Chef das macht und so. Also das ist schon top und ich wundere mich, dass da nicht noch mehr Partner dich ansprechen und sagen, können wir das nochmal machen oder ich habe noch eine andere Idee, die daraus so weitergedreht ist. Also ich habe schon gefragt, bei meinen Partnern auch, nur das nicht unterschätzen, also die Tatsache, dass ich am Anfang nicht beantworten konnte, wie viel, also die konnten ja eben nicht berechnen, was bedeuteten das. Aber wie oft wurden, am Ende ist die harte Währung dabei, wie oft wurden die Storys geguckt, die da drüber waren? Viel, ja. Also dann schon diese zwei, dreihunderttausend Mal. Jaja, und die, also es war schon relevanter Inhalt. Und dann hast du das ganze Mal im Maul im Top? Ähm, ja. Also die, ja, aber du, also... Rechne mal den TKP durch, wenn du überlegst, das machst du jetzt einen Monat lang, Storys mit irgendwie 200, 300.000 Views und dann plus Talk drüber, der TKP ist ja ein Gag, ja? Okay, ich habe noch nie über TKP wirklich nachgedacht, aber ich weiß, was es ist, aber die, ähm, ich meine damit eher, dass quasi, ich glaube, dass die Struktur von vielen Firmen nicht hergibt, dass man nicht weiß, was am Ende des Monats als Preis da ankommt. Ja, aber es gibt ja auch Firmen, wo, wo so, jetzt sagen wir, ich glaube, in einem Konzern ist das wahr, da müssen dann auch Leute natürlich das abstimmen und haben vielleicht die Rechte, so ein größerer Budget alleine mal zu verteilen, nachvollziehbarerweise, ähm, und dann hat man da längere Prozesse, aber es gibt, glaube ich, genug Firmen, die so mittelgroß sind, wo dann der Eigentümer sagt, okay, das finde ich jetzt abgefahren, ähm, und das selber entscheiden kann und dann auf einen kurzen Dienstweg sagt, okay, und wenn du bei größeren Konzernen mit längerem Vorlauf hingehst und kannst diese Medienwerte zeigen, glaube ich schon, dass man da Partner für finden könnte, weil das einfach attraktiv ist. Also hat ja, Ryzen hat mitgemacht, die haben es auch. Nein, das ist auch eine Struktur, das gehört ja immer hin dem, dem Jan Frodeno. Genau, mit zwei Leuten und die haben halt Bock drauf gehabt und die waren, die fanden es auch lustig, was total geil war, weil die kommen ja aus dem Triathlon-Sport und die fanden das auch so ein bisschen augenzwinkernd. Ehrlicherweise, seit die draufgegangen sind, sind mindestens, ich habe nachgefragt, sieben der 13 Leute kommen auch so aus der Ryzen-Community, also die waren gar nicht so sehr bei mir, von denen, die mich geschlagen haben, weißt du? Also da haben sich ja Leute aus der Triathlon-Community, die haben das auch sehr doll gepostet und das heißt, von meinen Leuten waren gar nicht so viel dabei, sondern es waren auch teilweise Ryzen-Leute, die das, und die fanden das auch eher lustig, aber trotzdem setzt es eben voraus, dass Geschäftsführer oder Besitzer sogar sagen können, okay, wir gehen dieses Risiko ein oder, also ich meine, ich sitze ja jetzt hier und sage so aus Gag, 1,2 Millionen, aber das kann ja passieren, also es kann ja tatsächlich sein, wenn ich mir ein Bein breche am ersten Tag, dann muss ich 1,2 Millionen. Ja gut, das wird man so vielleicht der Community erklären können, dass das jetzt irgendwie nicht die Idee war oder dass man sich das vorlegt, vorab irgendwie ein bisschen so ein, zwei Klauseln in der Nacht irgendwie Bein brechen, weiß ich nicht, schwerstkrank oder so oder privater Trauerfall, also ich weiß nicht, aber vielleicht nochmal für alle die vorherigen Folgen, die wir über die Jahre gemacht haben, nicht verstanden oder nicht gehört haben, verstanden aber nicht gehört haben, dein Leben baut sich ja zusammen auch wirtschaftlich, weil sich jetzt ja hier viele Hörer und Hörerinnen fragen, ja wie geht das, jetzt habe ich ja erzählt, dass das alles raushaut, aber wo kommt denn mal was her? Du hast 4, 5 Partnerschaften, die das ganze Jahr gültig sind und die Zahlen, dir hast du mal gesagt, pro Partnerschaft 200.000 Euro? 300.000 Euro. 300.000 Euro kostet eine Partnerschaft und das sind, jetzt habe ich gerade schon rausgehört, wup, hast du gedroppt, AG1 hast du gedroppt. AG1 ist aber nicht mehr Partner, ab bald. Also der Start ist gerade frei, wenn du buchen willst. Okay, Porsche weiß ich es dabei. Ja, Rügenweiler Mühle. Rügenweiler Mühle. Und dann gibt es Schwalbe, sensationelle Fahrradreifen. Okay. Ich habe keinen einzigen Platten den ganzen Juni gehabt, wegen meinem Partner Schwalbe. Also tubeless mit Schwalbe würde ich fahren. Mhm. Was noch? Das war es. Also das sind 5 Stück. Genau. Aber das heißt, mal 300.000 sind dann auch irgendwie 1,5 Millionen im Jahr, die bei dir reinkommen und daneben hast du noch ein Mode-Business mit Pari, deine Klamotten, was du vor ein paar Jahren gemeinsam mit About You angefangen hast. Dann ist About Jemand rausgegangen, jetzt machst du es alleine und verkaufst Klamotten. Also schon seit Jahren T-Shirts. Genau, das habe ich ein bisschen weniger gemacht dieses Jahr, muss man auch sagen. Also ich habe letztes Jahr mich ein bisschen übernommen mit Produkten einfach, grundlegend. Also Anzahl der Produkte war ein bisschen viel. Dadurch hatten wir immer noch einen guten Umsatz, alles cool, aber ich musste ein paar Sales getriebe Sachen. Umsatz heißt, wir reden schon von ein paar Millionen. Ja. Ein paar Millionen Umsatz, bleibt ja nichts ruhig? Doch, ja, schon. Aber grundlegend ist es so, dass, also dieses Jahr haben wir jetzt eigentlich erst, also ich meine, es ist immerhin Juli und wir haben den ersten richtig großen Drop gemacht. Da ist es dann schon so, du bist ja zahlengetrieben, da machen wir dann schon 1000 plus Order an einem Tag und man sechsstellige Umsätze an einem Tag, aber eben die, was sind sechsmal 30 Tage, 180 Tage davor, machen wir das nicht und nicht mal annähernd, weil ich immer noch sehr, sehr davon, was ich machen will, also, wie soll ich es formulieren, ich muss wirklich das Produkt dann auch leben und gestalten und muss mir wirklich Mühe geben bei und will mir auch Mühe geben und es muss auch einen Wert bekommen, also es muss auch stattfinden. So nebenher und von alleine funktioniert gar nichts mehr, also schon lange nicht mehr, in meinem Leben noch nie eigentlich, also dass ich einfach nur irgendwas poste, du hast im Nebensatz vorhin gesagt, einmal so, ja eine Million Follower, das sind bei mir ja auch alte Follower, darfst du auch nicht vergessen, ich bin echt einer der frühen Instagram Nutzer in Deutschland, das ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der jetzt gerade hottest Shit hat, da gibt es Leute, die haben 100.000 Follower und jedes Reel geht auf eine Million, weil die einfach so interessanten, guten Content gerade machen, der gerade gefragt ist, das passiert bei mir ja nicht, also so, ich habe eben... Wer ist gerade so richtig hot aus deiner Sicht? Boah, gibt da viele, aber wer ist gerade Gott? Also ich finde ein paar Leute, also ich finde nach wie vor Tom Böttcher sensationell, also ultra kreativ, der ist so sehr viral gegangen mit den Marionettenpuppen, habe ich dir vorgestellt beim UMR einmal, aber da war Wahnsinn. Ich bin auch, also es gibt nach wie vor auch Leute, die kreativ, es gibt so einen Fotografen, den ich gut finde, also es gibt... Ich springe jetzt mal kurz rein, zählt Melina Sophie dazu? Ja, Melina Sophie ist, aber die ist ja eine alte YouTuberin, eine klassische YouTuberin, die ja eine sehr interessante Geschichte für sich hatte, weil sie aufgehört hat, nach Island gegangen ist und mit Social Media Stopp gemacht hat und jetzt hier wieder zurückgekommen hat. Weißt du, warum ich das frage? Wahrscheinlich, weil sie gerade irgendwo in Videos die UMR-Geschichte erzählt, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Fiebertraum. Genau, ganz genau. Mir wurde es zugeschickt. Sie war in einem YouTube-Format, ganz cool fand ich, Henkes Corner heißt das und da war diese Dame zu Gast und hat von ihrem Fiebertraum erzählt, du hast sie zu UMR eingeladen, du hast ja so eine Art Reihe von Freikurz gehabt, weil du ja auch irgendwie deinen eigenen Raum kuratiert hast bei uns am Festival und also hört euch das mal an, ist auch bei TikTok glaube ich überall, wie sie das erzählt, ihr kanntet euch vorher nicht oder nur digital und dann hast du sie eingeladen und dann irgendwann war sie bei einem von deinen Raves da in diesem kleinen Raum und nachher dann musste sie sich, hat sie lustig erzählt, in einem Raum umziehen, weil du nur mit ihr in ein Eisbad gehen wolltest, sie hatte natürlich kein Bikini dabei, du hast ein Pari-Bikini und dann war sie wohl ganz geil in einem kleinen Raum da bei uns auf dem Messiegelände irgendwo und dann waren dann deine Rügenwalder Würstchen-Partnerschaften, das ganze Lager von Rügenwalder hat sich umgezogen und ging mit dir dann ins Eisbad und wurde wohl scheinbar von irgendeiner Freundin angerufen, als sie da gerade sich umzog im Rügenwalder Lager und da fragte die Freundin, was machst du gerade? Was soll ich da sagen? Ich treffe Paul Ripken bei irgendeiner Rave, gehe mit Paul Ripken ins Eisbad und ziehe gerade so am Rügenwalder Ding und ziehe mich um. Hat aber durchgezogen, drei Minuten, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber das hat sie ein lustiges Reel, ein lustiger Clip, aber die hast du auch einfach kalt angeschrieben und die fandest du cool und hast sie eingeladen. Ich glaube, ich hatte irgendwann schon mal mit der so Hype-Kontakt, das ist ja schon in der Instagram-Welt, also ich fand schon immer cool, was sie so macht. Also ich bin ja schon lange gefolgt und schon in den alten YouTube-Zeiten fand ich das cool und dementsprechend, und dann hat sie, glaube ich, gesagt, dass sie auf dem OMR ist und hat gesagt, komm doch rum, schau es dir mal an. Und im Gegensatz zu dir ist sie dann rumgekommen und hat es sich mal angeschaut, was ich dir immer noch übel nehme. Das ist ja nicht. Das ist ja auch bei wenigstens. Okay, also jedenfalls du hast da deine Reichweite und die ist jetzt nicht mehr so ganz so aktiv wie die von anderen jüngeren Influencern, Influencern, aber du findest halt immer wieder Möglichkeiten, die zu aktivieren. Und das war jetzt im Juni, finde ich super. Das freut mich, dass du das sagst, weil ich wirklich mit meinem Team drüber diskutiert habe, ist das ein Markenwert, der positiv ist für mich. Und so denke ich ja nicht. Ich schreibe ja nicht auf, ich will jetzt cool rüberkommen, sondern ich bin ja nur mal, wie ich bin. Und im Juni wollte ich jetzt halt das machen. Aber ich wollte dich eh fragen, wie kommst du auf so etwas? Du hast ein Team, wie viele Leute sind das? Zwei Leute? Ja, sieben Leute arbeiten inzwischen für mich. Inklusive Pari dann? Genau. Es gibt eine rechte und eine linke Hand, eine in Hamburg, eine in Holland arbeitet die und die sind so, ja, also wir nennen sie Chief of Staff zum Beispiel. Und wir, das ist ein bisschen ironisch, ein bisschen, ja, auch nicht gerade positiv, aber wir versuchen das halt irgendwo, also wir sind ja nicht das Weiße Haus. Aber ich bin ja nicht das Weiße Haus und ich bin nicht der Präsident. Okay, gut, dann ist es vollkommen okay. Ich habe gerade eben nur nachgedacht, ob das so schlau ist. Aber egal. Und dann gibt es zwei Leute, die kümmern sich um Orga, um Sourcing, um Kundenservice, um den Webshop und alles. Dann habe ich einen digitalen, der alle Podcast schneidet, der alle, ja, Snippets macht und sich auch ein bisschen um via Pari Insta kümmert. Und dann habe ich noch zwei Leute, die bei mir in den USA assistieren. Und die sind bei dir voll angestellt? Ja. Das heißt, von den gerade von mir berechnenden 1,5 Millionen bei sieben, acht Leuten gehen ja da schon mal richtig was runter. Ja. Ja, aber die, ja, also so ganz grundlegend ist es eh so, dass, also finanziell gebe ich sehr viel Geld nach wie vor. Also ich sage das ja auch dir gegenüber immer mal wieder. Und das ist ja tatsächlich so, also ich habe kein Private Office, was ich um mein Vermögen kümmern muss, weil es das nicht gibt. Ich auch nicht. Also entschuldige mal bitte. Ich habe zwei, drei Leute getroffen, die haben gesagt, ich kümmere mich ums Private Office von Philipp Westermeyer. Das gibt es nicht. Wirklich nicht. Also das kannst du direkt abmachen. Also nein, nein, gibt es für den, also ich hätte auch, also weder das gelten noch diese Menschen, also verwende nur dafür. Aber wir haben jemanden getroffen, das war übrigens, das können wir hier mal erzählen. Das ist, da habe ich danach gedacht, das ist so eine, so eine Paul-Ribke-Trottel-Geschichte. Also so ist mein Leben schon immer gewesen, dass ich wie so ein Obelix, der in Zaubertrank gefallen ist, so oft in so positive, komische Situationen rein stolpe. Also du sagst mir, letzte Woche oder vorletzte Woche oder wir verabreden uns, wollen wir Mittagessen gehen zusammen. Dann sagst du, ich gehe mit einem guten alten Freund, der macht aber inzwischen auch recht relevante Sachen, gehe ich Mittagessen, komme da ruhig dann dazu. Und dann komme ich da rein und du stellst mich ihm ja vor, ich darf mal hier den Namen sagen, Jasper. Ja, Jasper und sagst, hallo, das ist Jasper. Und ich sage, Jasper, altes Haus, bin ich mit seiner Schwester in die Klasse zur Schule gegangen und habe ihn sehr, sehr oft gesehen. Und dir fällt ja alles aus dem Gesicht. Du sagst, warum kennt Ribke jetzt den Typen, der aktuell, glaube ich, das Private Office der einer großen Hamburger Familie macht? Also völlig wahnsinnige Milliarden. Also was er da dann erzählt hat, das quasi sein Hauptskill ist, weil die haben so viel Geld, also ich kürze jetzt wirklich ab, aber dass die von der BaFin als Bank gesehen werden und deswegen, das muss er halt regulieren und so weiter. Und ich so, okay, das ist ein anderes Leben als mein Leben, so auf eine Art. Aber dass ich den kenne von früher, das ist das, was mir immer wieder und wieder passiert. Und da ich seit 20 Jahren oder seit 30, 40, 50 Jahren, 50 noch nicht, 43 Jahren, 44, nee, 43 bin ich gerade, versuche einen positiven Effekt im Leben anderer zurückzulassen. Und ob das eine Erinnerung ist, also mein Hauptantrieb ist ja wirklich, dass Leute sich daran erinnern. Hast du dich nochmal was ausgemacht oder gab es nochmal irgendwie einen Kontakt? Ja, ja, wir haben jetzt so ein bisschen geschrieben, der hat dann, meine Tochter geht nach Australien, seine Schwester wohnt jetzt in Australien und er hat dann sofort die Schwester angerufen, ob die da mal pennen kann in Sydney, wenn die da ist. Also erstmal nur privat. Aber trotzdem, davon habe ich so viel profitiert, weil du eben immer zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal die Leute, denen du gegebenenfalls irgendwann mal einen Gefallen getan hast, denen, wo du vielleicht im Optimum nur so ein mini, mini kleine Inspiration, kleiner Antrieb, kleine Veränderung und ich habe, also jetzt bei Rad am Ring sitze ich da, Frankfurter Banker, Ultra, also so ein erfolgreicher Radfahrer, der sauviel, kommt zu mir an und sagt, ey Paul, wegen dir trinke ich kein Alkohol. mehr seit vier Jahren, weil du das im Podcast mal gesagt hast, dass du ein alkoholfreies Jahr gemacht hast. Ich habe das gemacht, habe aufgehört und bin seitdem dreimal so erfolgreich wie alles andere. Ich war ein Jahr vegan, esse ganz, ganz wenig Fleisch seitdem, auch nur wegen dir und das erfüllt mich so krass. Ich weiß, dass es nicht nur wegen mir ist, also es ist ja nur ein kleiner, das machen die Leute selber, aber trotzdem verbinden sie ja irgendwie was mit mir. Wo du gerade essen sprichst, lass noch einmal ganz kurz, was hast du, wir haben jetzt über den Sport gesprochen, wie viel hast du eigentlich abgenommen jetzt in den letzten Wochen? Nicht so viel. Also ich habe so viel gegessen, die ganze Zeit vier Kilo, fünf Kilo oder sowas. Bin immer noch bei 100. Bei so viel? Ja, ich esse die ganze Zeit. Also du musst ja, weil, zumindest habe ich das so im Internet gelesen und die Leute, die ich frage und denen ich vertraue, wenn du diese krassen Belastungen machst und dabei nicht ausreichend fuelst, also ausreichend Carbs in dich reinstopfst, dann bist du verletzungsanfällig. Also Fakt ist, das Pensum, was ich im Juni gegangen bin, ist schon nicht gesund. Also es ist schon, ein guter Trainingsplan sieht anders aus und der ist eben dafür auch gemacht, dass man sich nicht verletzt. Dann haust du noch drei Brötchen rein. Die ganze Zeit. Zu jeder. Ich habe so viel Eis gefressen, wie noch nie. Auch so viel Zucker, so viel saure Zungen, was auch immer. Das glaubst du gar nicht, wie viel. Also deswegen, ich habe sehr, sehr, sehr viel gegessen. Aber an so einem krassen, vollen Tag verbrenne ich ja auch 7000 Kalorien. Die kannst du gar nicht mehr essen. Aber du hast trotzdem nur erstaunlich wenig. Ja, 4, 5 Kilo abgenommen. Hätte ich jetzt gedacht, okay, danach ist man eigentlich komplett ein anderer Mensch. Naja, wenn man halt, wenn man Zucker weglassen würde, wahrscheinlich schon. Aber, also, das war aber nicht mein Ziel. Ich wollte ja einfach mal, ich wollte rausfinden, wo ist meine Grenze. Die kann ich dir jetzt sagen. Die ist bei einem Marathon in einem Ironman. Nochmal, wie kam es eigentlich dazu? Und das ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau die Zeit her, als du noch nicht mehr im Podcast warst, dass du so krass zum Sport Influencer geworden bist. Du hast ja schon vor zehn Jahren DFB-WM-Finale in Rio fotografiert. Du hast irgendwie Nico Rosberg und Lewis Hamilton begleitet als Fotograf. Aber dass du selber zum Athleten, oder zum, ja, das ist gefühlt jetzt so noch nicht so lange her. Ich bin weit entfernt von einem Athleten. Ja, aber zu jemandem, der sich sozusagen über Sport-Content auch definiert. Ja, der, also ich finde, Also der Eigensport kann. Ja, ich habe, also, was ich, glaube ich, schon gemerkt habe bei mir ist, dass ich, also wenn man jetzt retrospektiv auf die letzten zehn Jahre guckt, bei mir zumindest, es so ein ganz klein bisschen so ist, dass ich überproportional beruflichen Erfolg gehabt habe durch den Faktor Glück. Also ich habe so viel Glück gehabt mit den Leuten, die ich fotografiert habe. Das ist ja nicht mehr normal. Also egal, wen ich fotografiert habe über einen Zeitraum von zehn Jahren, der ist Weltmeister geworden und deswegen sind die Fotos gefragt. Also, war ja auch Videos und was auch immer, aber das war ja einfach überproportional von Musik, angefangen mit Materia, über die toten Hosen, dann über Formel 1, DFB und was auch immer. Also so, das war ja wirklich das Glück des Jahrtausends, sodass mir klar war, dass egal wie viel Mühe ich mir jetzt noch betriebswirtschaftlich gebe, ich kann diesen Erfolg gar nicht mehr, also die Herausforderung war betriebswirtschaftlich eigentlich nicht mehr da, weil ich so überproportional, also nie im Leben hätte ich gedacht, es war so unverdient auch, muss man schon auch sagen. Und das habe ich geschifftet in Privates tatsächlich, in Sportliches, in Herausforderungen, Herausforderungen, die ich sportlich dann ranfinden wollte. Aber du bist ja auch selber vom Dokumentar zum Aktiven geworden, also vor zwei Jahren gefühlt und vor drei, vier Jahren gab es irgendwie den Switch, also erst bist du aktiv geworden selber als Unternehmer mit der Klamottenmarke und dann bist du jetzt selber als Content Creator aus dir selbst heraus. Früher hast du Leute begleitet und dann hast du immer entschieden, jetzt geht es um mich und ich zeige selber den Kram. Ja, war schon auch Covid, also gab mein Job nicht mehr irgendwann mal und dementsprechend, also so, das hat es schon auch beschleunigt bei mir. Und dann hast du, glaube ich, auch angefangen, selber einen Marathon zu laufen in L.A. Das war der erste größere Marathon. Ja, da wollte ich dann mal einen Marathon laufen und da bin ich dann kläglich gescheitert. In vier Stunden wollte ich, unter vier Stunden wollte ich laufen, bin vier Stunden 41 Sekunden gelaufen, wie so ein Opfer und 41 Sekunden über 42 Kilometer, das muss ja möglich sein, keine Chance. Da war ich schon am Limit und dann habe ich es nochmal richtig gemacht. Das wiederum habe ich vermarktet an Adidas, also Adidas war ein Partner und wird hoffentlich bald auch wieder ein Partner sein, weil der Match schon sehr, sehr gut ist für das, was ich so tue und ich in verschiedenen Sportarten immer wieder aktiv bin. Ich bin leidenschaftlicher, Tennis, Golf, also so, ich habe auch noch ein paar andere Sportarten, die ich einfach sehr gerne konsumiere und am Ende kann man ja genau der Botschafter von diesen unterschiedlichen Sportarten kombiniert mit einer Sportmarke sein und dann auch der grundlegende Fit, Deutschland, Amerika, also auch das ist ja teilweise so. Man muss ja sagen, es gibt so eine richtige Nische, auch sozusagen als, ist mir aufgefallen, als Influencer Profisportarten zu vermarkten. Also jetzt, ich bin hier in Hamburg bei das Rotenbaum-Turnier und dann war ich da ein, zwei Tage und habe jemanden kennengelernt, der so Tennis-Influencer ist, gar nicht so ein riesiger Account, ich glaube auch 40, 50.000 Leute, Ole the Ole, meine ich, oder Ole nochmal, also sehr viel Ole in dem Namen und der wurde zwar vom Turnier, vom DTB dazu gebeten, dieses Turnier, wo ja eigentlich Profiathleten mit viel mehr Reichweite drauf sind, zu pushen, damit das sozusagen lokal oder generell nochmal in der Community nochmal größer wird. Also sowas machst du eigentlich auch. Also du bist sozusagen nicht der Profiathlet, aber du gehst dann zu irgendeinem Golf-Turnier hin und promotest das dann oder ist das der? Genau, also Porsche European Open ist dann Porsche der Partner, die schicken mich dann hierher, damit ich die Geschichte der European Open, des Golf-Turniers auf deren Instagram- Und das ist ein Profi-Golf-Turnier, wo dann die größten der Welt so auflaufen. Das ist schon interessant, dass diese neue Welt da ist. Das hat sich aber geschifftet, also so vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, also Rio ist genau 10 Jahre her, also was ich da gemacht habe und was da passiert ist, war schon ein Jahr später nicht mehr möglich, weil jeder selbst Instagram-Accounts hatte und deswegen, weil ich bin wahrscheinlich, jetzt kommt eine unsympathische Aussage, aber ich muss ehrlich zugeben und gerade dir gegenüber, da habe ich auch an dich gedacht, ist das extrem unfair, aber wir sind ja hier sehr, sehr ehrlich zueinander. Ja. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich gefreut hat, dass Deutschland verloren hat im Viertelfinale. Bei der Euro. Bei der Euro, weil ich schlaflose Nächte schon hatte, es war das Finale in Berlin, wäre 10 Jahre One Night in Rio gewesen. Also wenn Deutschland im Finale gewesen wäre, dann wäre es, es haben schon ein, zwei Leute angerufen davor und haben gesagt, nimm dir da mal bitte nichts vor, da brauchen wir dich wieder. Und ich hatte so blanke Angst davor, weil mir völlig klar ist, dass ich das nicht nochmal, ich hatte so viel Glück da in Rio, nie im Leben hätte ich das nochmal leisten können, was ich da, auch überhaupt reinzukommen da, also da war so viel Zufall, nie im Leben, also nie im Leben wäre das nochmal so passiert. Und das wäre alles, und gleichzeitig kann ich ja auch nicht sagen, ey, ich habe keine Zeit, fertig, muss, was auch immer, so, wenn der DFB ruft, wenn die Nationalmannschaft ruft, gibt es ja keine Meinung dazu, dass ich natürlich versuche, dann zumindest irgendwie dort wieder saubere Dokumentationsfoto, also da gibt es ja, also da kannst du ja nicht Nein sagen. Das ist ja schon geil gewesen für dich. Aber ich habe wirklich nicht mehr geschlafen, also so, ich war, ich hatte Albträume davon, dass ich da komplett versage, dass meine Kamera nicht mehr geht. Das wäre doch ein Eddon gewesen, weil dein Leben ist doch jetzt selber. Aber der Pokal, also A, mache ich eigentlich nur Weltmeisterschaften und nicht Europa? Oh Gott, ey. Oh Gott, ja. Nein, aber, also tatsächlich steht der Pokal ja in meinem Schrank. Also so, ich habe ja zum Thema Fußball als Fotograf, das ist so, also mehr ist da passiert, als ich je von geträumt habe, als Sportfotograf so. Und das ist nicht wegen mir so passiert, sondern vor allem wegen externen Faktoren, kombiniert damit, dass ich da so viel Glück hatte persönlich und dass da alles zusammenkam, was irgendwie in meinem Leben je ich geübt habe davor, dass ich ja, es wäre ja wirklich fahrlässig zu glauben, dass sowas nochmal auch nur annähernd so gut hätte passieren können. Okay, aber dementsprechend war ich, ich habe mich nicht gefreut, aber ich war erleichtert, dass ich die Frage nicht war. Aber das ist ein Problem in deinem Kopf. Ich glaube, das ist kein echtes Problem. Das Problem, also das ist wahrscheinlich, weil du da so drin bist und dann so sich da so drum drehst, aber ich glaube, dass, also in Wahrheit, fände ich das total geil gewesen und alle hätten gesagt, Mensch, krass ey, der Paul ist wieder da und dann hättest du vielleicht nicht ganz dieselben Fotos, aber andere gute Fotos und die Euphorie. Also da hätte ich mir jetzt keine Sorgen gemacht. Ich finde mal diese Evolution, in der du ja steckst, also von dem Dokumentar zum Aktiven. Das hast du ja recht smooth, so Corona hat es ausgelöst, habe ich verstanden und dann hast du mit Marathon angefangen und hast gesagt, ich habe Bock im Marathon zu laufen und aber dann sitzt du jetzt teilweise dann da oder in den letzten Monaten und fragst dich, was könnte ich denn in den nächsten Wochen und Monaten so als Content machen? Und woran könnte ich mich wagen? Marathon, Triathlon, haben wir schon drüber gesprochen, Golfturniere, was gibt es noch? Im Moment bin ich leer, also im Moment, der Juni hat alles von mir abverlangt. Also der Tennistyp, den ich da getroffen habe, der hat gesagt, sein Ziel ist es, als Tennis-Influencer, der konnte aber gar nicht selber so gut spielen, er will glaube ich LK, so heißt er nämlich Leistungsklassen im Tennis, LK14 erreichen. Keine Ahnung, wie gut man da genau sein muss, aber das ist schon irgendwie sehr inside so, LK14. Aber das heißt, auch da sitzen dann Leute und überlegen sich, okay, was kann ich denn sportlich noch bewegen? Und du bist auch einer und sagst, okay, jetzt bist du gerade leer, aber eigentlich, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie ein Salte vom C-Meter-Brett, das kriege ich noch hin. Also jetzt am Wochenende zum Beispiel habe ich, also die richtig krassen Leute bei diesem Rad am Ring Ding, sind die, die, und da muss man, also ich meine, ich rede jetzt hier seit 25 Minuten über den Juni und was, bla bla, und ich anscheinend, legte es jetzt in Wund, habe ich dich ja beeindruckt mit dem, was ich sportlich geleistet habe. Ich kann dir sagen, dass bei Rad am Ring Leute waren, die das Zehnfahrer davon leisten. Also wirklich völlig, aber trotzdem ist es ja viel, die haben viel, viel mehr verdient. Die fahren 24 Stunden am Stück diesen Wahnsinn hoch und runter. Ja, aber das Gute ist, dass du Sachen machst und dann diese Challenge alle daran teilhaben lässt, auch die normalen Leute. Also wenn du jetzt dein ganzes Leben so groß wirst und bist dann halt fahrradmäßig mega geil, das ist jetzt ja für die meisten eh unerreichbar. Aber so ein Typ wie du, der jetzt auch nicht unbedingt die super Athletenfigur hat, um die Ecke kommt und sagt, okay, ich, also wenn du zum Beispiel, oder sagen wir noch ein anderes Beispiel. Ich habe einen anderen Bekannten, den ich gerne verfolge, den Dre Vogt im Basketballbereich. Der hat mir jetzt vor kurzem gesagt, ich mache Dunking mit 50. Das habe ich mir auch anguckt, ob der das dann schafft und hat sich darauf vorbereitet und irgendwie hat das dann am Ende hinbekommen, da in seinem Garten am Basketball so einen Dunking zu machen. Also eigentlich müsstest du da sitzen und sagen, okay, Salto vom 10 Meter breit. Was ist das Nächste? Was, wo der normale Typ sagt, okay, würde ich mir mal wünschen, aber kann ich nicht. Bei mir ist es ja das kleine Ding mit den Klimmzügen, mehr habe ich nicht. Aber was könntest denn du oder denkst du so gar nicht drüber nach? Wirklich gar nicht. Also ich habe auch keinen Zwei-Jahres-Plan. Ich weiß überhaupt nicht, was ich nächstes Jahr mache im Moment. Also ich weiß, dass ich meine Partnerverträge habe. Das sind Jahresverträge. Und die erwarten ja auch Content. Porsche ist jetzt gerade verlängert. Aber also die Wahrheit ist übrigens auch was anderes. Also das ist ja, also für dich glaube ich, ganz interessant, dass inzwischen in den Partnerschaften ein wirklich relevanter Teil ist HR, was ich nie ever davor gedacht hätte. Was heißt das? Mit Porsche zum Beispiel. Es ist so, dass wir, wir haben dann eine Weak Ripkey gemacht, das war im Porsche Brandstore in Stuttgart, habe ich dann den Store übernommen, da haben wir verschiedene Aktivierungen gemacht. Wir haben Run Club gemacht, wir haben Dreamer, es geht um Träume und so weiter. Und da ist ja Porsche dann schon der Enabler von Träumen einfach, von Verwirklichung von Träumen. Und dann habe ich aber gesagt, mir wäre es wichtig, dass wir nicht nur, da waren immer nur zehn Plätze zur Verfügung und dann haben sich da 300 Leute für beworben und wir konnten nur zehn nehmen. Und ich habe gesagt, es wäre cool, wenn noch eine öffentliche Sache wäre. Und Donnerstagabend ist noch frei in dieser Weak Ripkey. Lass uns doch an die HDM gehen. Das ist die Hochschule der Medien in Stuttgart, eine sensationelle Marketinguniversität. Ich kannte da jemanden, mein Assistent damals hat da studiert und der hat dann irgendwas organisiert. Und dann habe ich gesagt, und lass uns das doch gemeinsam machen. Also mit dem Marketingleiter, mit Basti Schramm, zusammen einen Vortrag darüber, was machen wir hier eigentlich? Was ist denn gerade im Jahr 2023 war das? Marketing bei einem Automobilkonzern wie Porsche zum Beispiel. Also wie funktioniert das? Und er hat gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann kam er ein paar Tage davor und hat gesagt, hey, wir bringen auch noch jemanden von HR mit, weil, und das weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt und ob das jetzt, also da wird es ja dünnes Eis, auch Porsche hat anscheinend nicht mehr super easy, die können Werkstudenten, Berufsanfänger, all solche Leute, ist nicht mehr anscheinend so, dass sich Hunderttausende bewerben bei einem Automobilhersteller. Also erst mal haben sie einfach nur gesagt, wir bringen da erst mal jemanden mit, weil es sind ja immerhin Studenten, vielleicht hat ja irgendjemand ein Interesse und ich hätte, also ich habe dann davor gesagt, boah, weiß ich auch nicht, ob da jetzt, da geht es ja um uns und um Marketing und gar nicht um HR und was auch immer. Und dann haben wir am Ende gesagt, so, und hier ist übrigens jemand von HR, das heißt, wenn ihr einen Studentenjob sucht, ob als Werkstudent oder eben auch Berufsanfänger und so weiter, und bewerbt euch gerne hier. Also hier, die ist die Frau, die alle Unterlagen hat und so weiter. Dann stehe ich auf und gehe nach rüber. Da waren 450 Leute, also da waren, die saßen auf der Treppe, es war Randvoll, da war Einlass, Stopp und so weiter, hat auch keinen Eintritt gekostet, aber es war Randvoll und ich gehe nach links rüber und dachte, okay, jetzt kommt mein großer Star-Moment, ich mache jetzt mit allen Fotos, ich lasse mich feiern, auf den Händen tragen, durch diesen Hörsaal. Niemand hat mit mir ein Foto gemacht, nicht ganz richtig, aber die sind auf die Porsche-Frau gegangen und haben sich alle total beworben, dafür, die war, danach haben wir darüber geredet, die hat dort sieben Leute, die danach angefangen haben, generiert, was für sie ein unfassbares Star ist. Wer jetzt hier draußen zuhört und noch dringend Personal braucht, Personalbeschaffer Paul Rübke ist buchbar. Aber es ist ja tatsächlich meine Zielgruppe, darfst du nicht unterschätzen. Also ich habe ja ältere Leute, die Berufsanfänger sind, die auch, ich sehe ja die Leute, die mich erkennen oder die irgendeine Beziehung mit mir haben, das sind ja nicht die 19-Jährigen, sondern das sind ja vielmehr die 26, 27, 28-Jährigen, die vielleicht einen Berufswechsel auch haben wollen, die 32-Jährigen. Und das ist gar nicht so leicht. Okay, ich würde sagen, ich glaube, hier werden jetzt genug Leute sagen, okay, diesen Podcast schicken wir mal ins Personalbereich irgendwie. Es ist bei Schwalbe genau das Gleiche übrigens. Also es sind Reifenhersteller aus der Nähe von Köln und die sagen auch, die sitzen in der Nähe, oh Gott. Aber hast du ein Gefühl dafür, wie groß die sind, vom Mitarbeiter? Sehr groß, riesengroß, sind 200 Leute, 250 Leute da mindestens. War ich denn, 300.000 Euro für dich zu bezahlen? Was ist das? 500.000, 300.000. 1,5 Millionen zahlen. Ja, ist ja schon auch viel Geld. Also grundlegend ist es glaube ich so, dass die, also grundlegend ist es auch so, dass ich eine Geheimhaltungsunterzeichnung für jedweden Vertrag dort gebracht habe, weil du hier auf 300.000 so rumdingst. Das sind ja durchaus individuelle Verträge. Aber grundlegend ist es so, dass ich glaube, und nee, andersrum. Ich bin ja nun mit dem Fahrrad quer durch Deutschland gefahren. Eins, also zwei Sachen sind mir dabei extrem aufgefallen. Die erste ist, jeder Bäcker Deutschlands ist ein Traditionsbäcker. Warum auch immer. Es gibt keine einzige Bäckerei, die nicht Traditionsbäcker vorsieht. Also die das Wort Tradition nicht benutzt. Und das Zweite, und das meine ich ernst, jedes Unternehmen Deutschlands, und ich bin sehr viel durch Industriegebiete gefahren, jedes Einzelne hatte riesengroße Plakatflächen, wo die nach Mitarbeitern gesucht haben, nach Auszubildenden gesucht haben, wo die, das sind alle, alle Plakate, die ich an Unternehmen gesehen habe, waren ausschließlich HR-Sachen. Einer unserer großen Partner im Podcast, die Firma Instafo, erwähne ich hier immer, auch erfolgreich, genau weil es so ist. Und das ist ja auch so, also jetzt hat, also kennst du Martin Rütter, der Hundeprofi, total geiler Typ, mega geil, hat mich vorgestern angerufen und sagt, er hat zumindest Probleme, geile Leute zu finden in so einem Shopify-E-Commerce-Umfeld, kannst du mir dabei helfen? Kennst du irgendjemanden, der so ein bisschen E-Commerce, der will das auf das nächste Level bringen, sein, es sind super viel Hundegeschirr und was auch immer, ist in der Nähe von Köln, und sagt dann so, ey, kennst du jemanden, wo ich mir denke, das ist doch krass, dass so jemand wie der, der läuft auf RTL die ganze Zeit, dass der gegebenenfalls mich fragt, wie kommt man da weiter? Also es ist wirklich, glaube ich, ein Problem, Leute zu finden. Das weißt du besser als ich, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe. Also deswegen habe ich, das hat mich sehr gewundert und trotzdem wundert es mich und das ist jetzt, also dass so eine Firma wie Porsche überhaupt so jemanden wie mich braucht, um überhaupt Leute zu erreichen, wundert mich schon manchmal. Ich bin ja auch, da gibt es einen tollen OMR-Beitrag, wo wir genau darüber, ich bin ja nicht Markenbotschafter da, also ich bin da friends with benefits, darauf haben wir uns geeinigt. Also ich bin ein Freund der Marke und wir machen halt Zeug zusammen und so weiter. Und gleichzeitig. Du machst dann so Gags, dass du dann bei einem Golf-Turnier, habe ich gesehen, dann irgendwie sagst, wer hier in dieser Bahn ein Hole-in-One schlägt, dem schenkst du einen Porsche. Meinen Porsche. Deinen Porsche. Das ist eine eigene. Den habe ich da hingestellt. Ein bisschen gezittert. Ey, da haben wir Golf gespielt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber bei einem Hole-in-One, bei der Bahn ist glaube ich sehr unwahrscheinlich. Ja, aber ich habe gezittert, weil wir haben 6 gegen 6 ein Par-Rider-Cup gespielt, 6 Europäer gegen 6 Amerikaner. Par-Rider. Je dümmer der Witz, desto besser finde ich das. Auf jeden Fall war da, ist einer ausgefallen und dann haben wir den Golf-Club gefragt, wer ist denn euer coolster Nachwuchssportler? Weil ich hatte Bock, Leute zu supporten. Das ist wirklich was, also ich habe vorhin ja erzählt, dass jetzt Challenge Grün mich Geld gekostet hat. Gleichzeitig war das auch ein Ereignis in deren Leben. Weißt du, also die Leute, die da waren in Grün, die haben ja alle dann auch mitgemacht, das war für die, die werden es erinnern. Das spielt eine Rolle in deren Leben und das macht mich, das erfüllt mich sehr. Aber es ist der Plan, es ist langfristig. Es gibt keinen Plan. Ich will aber kurz noch erzählen, dass der Zwölfjährige, den wir dann eingeladen haben, am nächsten, der war 20 Zentimeter weg, der hat fast meinen Porsche gewonnen. Also es war wirklich knapp in der absurdesten Situation. Der hat alleine das Spiel entschieden, wo 50 Leute drumherum stehen. Ich musste davor abschlagen, ich habe so gezittert, dass ich den Ball nur so halb getroffen habe und irgendwo nach rechts weg. Also der hat richtig performt. Also der langfristige Plan ist, dass es hoffentlich genau so weitergeht. Aber manchmal sagst du auch, dass es dich ein bisschen auch jetzt so langweilt. Genau, das habe ich zu dir gestern gesagt. Nee, letzte Woche, Entschuldigung. Ich habe teilweise, also ich bin sehr schlecht in Wiederholung. Das bleibt immer da, dass ich sehr ehrgeizig und kompetitiv bin, wenn ich was neu mache und mir die Qualität des Talent fehlt, wenn ich es mehrfach mache. Und das weiß ich, deswegen gehe ich auch oft auf Situationen weg, wenn das eine zu hohe Wiederholung. Ich beende ja auch sehr viele Partnerschaften, wenn ich nicht das Gefühl habe, also IWC zum Beispiel habe ich aktiv beendet, AG1 habe ich jetzt auch aktiv beendet, wenn ich einfach nicht das Gefühl habe, das ist ein guter Match, dann will ich da nicht in Jahr zwei, drei, vier, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann auch wirklich was leisten dazu, dann will ich das nicht machen. Und auch bei den eigenen Sachen, da haben wir noch nicht so viel drüber geredet. Also ich mache ja neben den Klamotten auch noch so Kochhefte, Rip Kitchen, ich mache eine Travel-App, Tripkey. Und das läuft auch alles jetzt auf? Ja, also Umsatz und was auch immer mäßig nicht unbedingt, aber es macht einfach großen Spaß. Ja, also so dementsprechend für mich, das ist das. Also die Partner, die jetzt da sind, die erwarten dann trotzdem, dass du irgendwie da Content-Highlights schaffst? Korrekt. Und also zum Beispiel gehe ich morgen zu Taylor Swift, was ich glaube ich nicht laut sagen darf, in Verbindung mit einer Wurstfirma, die, da haben wir uns einfach ein bisschen was ausgedacht, weil die dürfen, die machen die Wurst... Was heißt Wurstfirma? Wir reden von Rügenweil. Kann sein. Die machen auch keine Wurstfirma, die machen mittlerweile alles nur noch vegan. Vegan, sehr viel mehr vegan. Ja genau, das war da vor kurzem auch mal ein Podcast. Die machen die Stadionwurst im Volksparkstadion bei diesem Konzert und dürfen natürlich nicht mit dem Namen Taylor Swift werben. Da bin ich, aber ich verkaufe manchmal Würste für die und ich habe einen Bulettenschein gemacht. Also ich habe wirklich, ich musste bei der Stadt Dortmund ein Nahrungsmittel, ich musste also eine Schulung machen und deswegen darf ich Würste verkaufen und dann haben wir uns überlegt, was lustig wäre, wenn ich zwei neue MitarbeiterInnen finde, die mit mir dann da zusammen Würste verkaufen. Was ich ganz lustig finde, was einfach nur umgeht, dass irgendjemand Was hast du gelassen an deinem Stadionwurst auf der Innenfläche irgendwann? Wir verkaufen eine Wurst da morgen, dann gucken wir uns das Spiel ein, wir verlosen einfach zwei Tickets auf eine Art, die anders ist. Also es war quasi eine kreative Umsetzung, wie man da hingeht, wo man, also die dürfen nicht mit Taylor Swift werben, Punkt. Also das, und Taylor Swift verklagt auch übrigens jeden, der mit ihr wirbt und das nicht darf. Und dementsprechend haben wir uns einen anderen Weg ausgewählt. Sowas macht mir Spaß, muss ich sagen. Du sagst, ja, ich muss dazu was machen. Ja, natürlich gibt es Verträge, natürlich gibt es auch ein Volumen. Ich habe mich eigentlich noch nie an Verträge gehalten so richtig. Also ich bin, für mich sind Regeln auch nicht so richtig. Und also es gibt sehr viele Leute, die mich sehr gut kennen, die auch langsam verstehen, warum das bei mir so ist, dass ich Regeln eigentlich nicht so gut akzeptieren kann und eher interessant finde, wie man die brechen kann und wie man Neues machen kann und Pioniertum machen kann. Und genauso geht es mit Verträgen. Also wenn man sich angucken kann. Aber du bist trotzdem ehrlich und loyal und willst die nicht prellen logischerweise. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich kann eher, also ich beende es eher. Oder lieferst über oder so. Fünf, sechs, sieben Mal auf Sachen verzichtet auf meiner Seite, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es sich für die andere Seite so gelohnt hat, als dass es so ist. Und dieser Klamottenanspruch, der ist auch ein bisschen runtergefahren dann, weil ich meine, das war ja, vor ein paar Jahren sprach, aber da dachte ich, okay, dein Weg ist jetzt so Ronny, Feig, Jerry, Lorenzo, das ist vorbei. Weil ich aber auch kein Talent dazu habe. Also ich bin ja kein modischer Typ. Also so, ich bin, ich ziehe eine kurze Hose und ein T-Shirt an. So, das ist, was ich bin. Ich habe schon Spaß daran in Amerika. Es interessiert mich Streetwear, Hip-Hop, interessiert mich sehr. Jerry Lorenzo ist jemand, den ich sehr verehre in dem, was er tut. Aber auch der hat sich ja in den letzten drei Jahren zu einer wirklichen High-Luxury-Brand entwickelt, die einfach krasse Sachen macht. Das habe ich nicht. Also so, ich verstehe keine Modenschau dieser Welt. Also ich gucke mir eine Modenschau an, egal wo es ist und verstehe es nicht, weil ich einfach das Talent und den Inhalt nicht dazu habe. Aber trotzdem Design zu T-Shirts. Genau, das macht mir noch Spaß und das erfüllt mich auch. Deswegen mache ich es auch weiter. Also so, das kann ich dir sagen, dass ich es jetzt die nächsten vier Monate weitermache. Ob ich das nächstes Jahr mache, weiß ich nicht. Und das, also du hast ja danach gefragt. Ich bin schon teilweise ein bisschen gelangweilt von meinem Output. Also so, ich finde teilweise bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob einfach das, was ich so mache, immer das ist, was ich unbedingt weitermachen will. Habe mir da auch jemanden gesucht, mit dem ich darüber spreche und so eine Art Coach, den ich im Flugzeug irgendwann mal kennengelernt habe, der auch Therapeut ist und der mir sehr geholfen hat. Jetzt in den letzten 19 Wochen haben wir einmal die Woche eine Stunde telefoniert und das war voll geil, mal aus extern so eine Analyse zu bekommen. Und eins der Ergebnisse ist, dass es schon so ist, dass ich, also zum Beispiel bei dem Mittagessen bei dir, wenn da jetzt einer sagen würde, geh mal in eine beratende Funktion. Ich habe hier irgendwie einen ganz anderen Job, der irgendwie, vielleicht nicht unbedingt gerade in Deutschland, aber wo irgendwo irgendwas ist, da wäre ich total offen für gerade. Also so kann ich, das ist kein Pitch. Also Marktberatung, Storytelling-Beratung, irgendwie sowas. Irgend so was. Also so eine Veränderung im Beruflichen wäre schon was, was ich gerade merke, was mich, glaube ich, reizen würde, weil das das Einzige ist, was ich wirklich gut konnte in den letzten 15 Jahren, war sich verändern und neue Sachen anders machen und eben nicht was Stetiges. Ich kann keine Firma bauen. Ich kann auch keine, also diese ganzen Leute, die, es gibt ja begnadete Menschen, die Firmen strukturieren können und dann auch, das konnte ich noch nie. Ich bin jetzt schon wieder mit acht Leuten, sieben Leuten, die für mich arbeiten, bin ich genau an dem Limit und denke so manchmal sehnsüchtig an die Zeit, als ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich einen Mitarbeiter wieder, nachdem ich hier ein großes Fotostudio hatte und das zugemacht habe. Das war die freiste Zeit, die ich eigentlich hatte, weil ich selbst einfach völlig frei entscheiden konnte, in welche Richtung es geht. Kommt dann viel inbound bei dir an, also kannst du dich darauf verlassen, dass jetzt also in den nächsten Tagen oder Wochen einfach bei dir in der Inbox so viel landet von Menschen, Firmen, die dir was vorschlagen? Nee, gar nicht. Also es gibt ganz viel Erstkontakte, aber die Partnerschaften sind immer aus Pitches von mir entstanden. Also ich setze mich ja dann hin und überlege mir, wo könnte ich da helfen und was wären Sachen, die wir die nächsten zwölf Monate zusammen machen könnten? Und das mache ich in PDF. Das ist ein ähnliches Konstrukt immer, aber sind ganz unterschiedliche, weil es individuelle Gedanken sind. Das ist wirklich wie eine Agentur, die eigentlich pitcht. Da gebe ich mir recht viel Mühe und in acht Fällen klappt das dann nicht, weil die sagen, bist du bescheuert? Das wollen wir gar nicht von dir. Also was soll das gerade? Von, keine Ahnung, Sony, ein Kamerahersteller, wo ich gesagt habe, da können wir lustige Sachen machen, über Paulana würde ich gerne mal, das ist ein toller Name, da sollte ich doch mal zusammen arbeiten, die haben auch ein tolles Spezi-Produkt. Das wird dann alles nichts und weil ich halt auch super viel Kaltakquise mache, aber die zwei, die was werden, die funktionieren dann, aber die sind immer dann mitgestaltet von mir und also die eine Grundvoraussetzung bei allen Partnerschaften ist wirklich unbestritten, dass die handelnden Personen verstehen, was ich mache, dass wir uns verstehen. Das ist inzwischen das, wo ich am allermeisten Sachen absage, wenn ich mich mit der Person nicht verstehe, weil es ist ja eben nicht messbar, was ich so richtig mache. Es ist so halb messbar. Jeder versucht es, aber vor allem spielt es ja in einer, okay, wir finden das jetzt gut für uns und dementsprechend muss man auch danach dran glauben. Aber Angst hast du keine. Ich meine, wenn man das so hört, du gibst viel aus und du lebst in den USA, wo die Dinge teuer sind, hast jetzt so einen Lifestyle, den du uns auch irgendwie angewöhnt hast und dann könnte es auch sein, dass du eines Tages vielleicht mal denkst, scheiße, die Pitches klappen gerade nicht so, aber du machst dir keine Sorgen. Null. Also die echte Antwort ist, weil ich eine Familie habe. Ich habe eine Frau und drei Kinder, die sehr supportive am Start sind und den allen drei, also erstens ist die erste 18 und steht auf eigenen Füßen und die anderen sind alle, denen es hier geht, die würden auch mit mir nach Sao Paulo gehen und dort was auch immer machen. Und ich habe ja schon drei, vier Telefonnummern, die ich, also ich weiß, wenn ich jetzt Toto Wolf anrufen würde und sagen würde, ich brauche einen Job und er würde dann vielleicht sagen, ja, dafür musst du aber nach Bricksworth in die Mitte von England kommen, aber dann hätte der einen Job, mit der meine Familie überleben könnte. So, soweit ist es ja. Und weil er, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber er hat sechs Jahre erlebt, was ich kann, was ich für ein Mensch bin und das würde, glaube ich, der wäre da am Start und davon habe ich ja zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, für dich, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich fange hier an, dann würdest du es ja wahrscheinlich machen, jetzt nicht für 350.000 Euro, sondern vielleicht für 80.000 Euro Jahresgehalt, aber dafür kann ich doch ganz toll in Hamburg leben und kann hier wunderbar, also wir als Familie können dann wunderbar leben und also die Sachen, die ich jetzt im Moment, ja, ich fliege toll, ich kann mir vielleicht auch, also ich kann auch drei, vier Mal essen gehen, ohne darüber nachzudenken, was das kostet, das brauche ich aber alles nicht, also tatsächlich nicht, so ich genieße es sehr, aber und vor allem brauchst du meine Frau nicht. Aber dein altes Umfeld, in dem du mal zu Hause machst, Auftragsfotografie zum Beispiel, dann sieht man auch, das geht auch gerade quasi unter. Voll, das ist, also das ist was, was ich die letzten vier Wochen, also ich bin jetzt sechs Wochen hier, also im Moment ist es sowieso so, ich muss wieder nach Hause, ich merke, dass ich, also ich war jetzt lange in Deutschland, ich merke, dass so drei, vier, vielleicht kommt daher auch so dieser Gelangweite, also so, ich reagiere gerade zu wenig und kreiere gar nicht so viel, das fällt mir leichter in Amerika, warum auch immer, vielleicht ist es sozial, vielleicht ist es das Umfeld, vielleicht ist es aber auch die Distanz und die neun Stunden Zeitverschiebung und so weiter, weißt du, also so, da sitze ich viel, viel mehr auf dem Fahrrad irgendwo und mir fallen Sachen ein, das ist hier nicht so viel, das ist halt tatsächlich so, dass es kreativere Umfelde gibt, glaube ich, also zumindest in meinem Leben und gleichzeitig ist es aber so, dass ich hier zum ersten Mal in Hamburg, natürlich, ich bin jetzt vier in Hamburg dieses Jahr und habe viele meiner alten Freunde getroffen und muss ehrlicherweise sagen, so vor, ja, zehn Jahren, acht Jahren war ich ja wirklich einfach Verpackungsfotograf, vor zwölf Jahren von Aldi, also ich habe Matsch und Buddelhosen fotografiert und ob das Chibo war mit, da gibt es Firmen wie die Kameraden, also es waren die größten Auftraggeber in der gesamten Branche, also da haben von Stylisten über Models, über Visagisten, über Fotografen, über Fotoassistenten, über Locations, da gab es einen, ich will gar nicht wissen, wie viel Umsatz die vor zehn Jahren gemacht haben und von Bildbearbeitern über was auch immer und zumindest vom Gefühl her, wenn ich die hier treffe, merke ich, das ist in meinem Leben die erste Branche, die so richtig von KI getroffen wurde. Die erste, wo wirklich, und leider macht es auch Sinn, also leider macht es halt wirklich keinen Sinn, dass Paul Rippke eine Matsch und Buddelhose für einen Winter im Juli in Norderstedt fotografiert. Da ist es besser, eine KI zu fragen, bitte generiere mir ein Foto von dieser Matsch und Buddelhose, Punkt. Also auch keine Modelrechte von Kindern. Und das ist ja so, wo du ja wirklich sagst, die alten Wegbegleiter oder Leute, die du so kennst, die haben jetzt echt Stress. Voll und die Preise gehen runter und die Zulieferer werden teurer und ich sehe so viele Leute, die einfach wirklich, wirklich, wirklich strugglen und die hier, unsere Freunde Olaf, den du auch kennengelernt hast, wo der Pop-Up-Store war, da warst du ja zu Besuch, weißt du, unten drin, diese Hallen zum Beispiel, das ist durchaus auch ein Bereich, wo du ja eine Logistik geschafft hast, die können, glaube ich, wahrscheinlich 80 Fotosets pro Tag generieren. Also 80 mal das, was ich an einem, also ich hatte ein Studio und da gibt es ja gar nicht so viele Kunden, die dann da sind und zumindest, ich glaube, vorgestern stand es in der Werbung und Verkaufen, die haben sich mit Serviceplan zusammengetan und haben dann jetzt, arbeiten die nicht mehr für Chibo. Die haben alle Fotos für Chibo gemacht und haben das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wen es da noch so gäbe in der Größe, vielleicht weißt du das besser, der A, so eine Immobilie überhaupt braucht, auch B, also ich, da stecke ich jetzt nicht so im Detail drin, aber ich finde es völlig, also es ist wirklich krass, wie eine komplette Branche, die meine Branche war. Also es war mein Beruf und da kann ich natürlich, für mich denke ich mir dann manchmal so, zum Glück bin ich da weggegangen aus der Branche, aber das war nicht Weitsicht und was auch immer, sondern das war irgendwie Zufall. Da hatte ich auch mal wieder nur Glück. Letzte Frage für alle, die dich jetzt auch nicht so eng verfolgen und ich habe es auch irgendwie versorgen, ich verfolge dich eigentlich eng, aber wo kommt eigentlich der Goldzahn her? Das ist ein Rügenweiler. Wusstest du das nicht? Guck nah ran, jetzt guckst du gerade nah ran. Das ist wie ein Rügenweiler. Da ist ein Logo drin, das habe ich vermarktet. Das ist eine attraktive Werbefläche. Ernsthaft? Der andere Schneidezahn ist noch frei, wenn du da OMR, deswegen für dich müsste ich doch eigentlich eine Art Idol sein, dass ich meinen Zahn vermarktet bekommen habe. Ich dachte, also ich bin bei der Rügenweiler Mühle Testimonial für vegane Fleischersatzprodukte und eins der hauptverkauften Produkte, was wirklich keinen Sinn macht, dass man das noch als Fleischprodukt kauft, ist Leberwurst. Punkt. Ich esse sehr gerne Leberwurst und das Key Visual ist, ich beiße in einen Leberwurst Bagel, vegan. So und dann dachte ich, mir fehlt da eh ein Zahn, bin mir zwölfmal irgendwo hingeflogen und dann hatte ich da einen Ersatz und dann ist Knochen zurückgegangen und dann musste ich, da habe ich demnächst noch eine große Zahn-OP vor mir, aber ich habe die ein bisschen aufgeschoben und dann habe ich da einen Ersatzzahn sozusagen und dann fand ich es lustig, den Gold zu machen und dann fand ich es noch lustiger, da das Logo einer Wurst, das ist ja eine Wurstmühle, also es ist eine Mühle, wo Wurstflügel drin sind und dann dachte ich, nichts ist doch geiler, als wenn das Logo von einer veganen Wurstfirma auf meinem Goldzahn ist, während ich in einen veganen Bagel reinbeite. Und was hast du dann irgendwie denen angeboten oder das ist ja eine geile Idee und mach das mal? Genau. Ist drin in der Kooperation. Crazy. Und ist, also es ist ja eine hochattraktive Werbefläche. Ich meine, wie viele Zähne sind sichtbar bei mir? Also so acht oder neun? Kann ich ja noch vermarkten oder nicht? Muss man nur noch, muss man halt noch weitere Firmen finden, die da Bock drauf haben, auf den anderen Schneidezahn drauf zu gehen. War ein dummer Gag, wie alles. Und also man muss schon echt sagen, ich habe es hinbekommen, also ich finde es auch total geil, dass ich nicht weiß, was ich jetzt als nächstes mache. Also für mich ist es null beängstigend, weil auch sowas wie June to the Moon, da haben wir jetzt eine halbe Stunde drüber geredet, das habe ich mir am 28. Mai ausgedacht. Also an einem Nachmittag und dann schreibe ich mir ein paar Sachen auf und am 29. Mai hören meine Mitarbeiter davon und sagen, hä? Und dann kriegen wir es halt hin, dass wir das so schnell, also wie viele kleine Landingpages und E-Mail-Adressen wir schon vergeben haben innerhalb von zwei Stunden und dann kriegen wir es ja hin, dass es dann fliegt nach acht Stunden und das ist wirklich, das ist für mich Freiheit tatsächlich, dass ich so kurzfristig, so ungeplant arbeiten kann, weil das eine, was ich nicht will in meinem Leben, ist perfekt vorbereitet, genau Dienst nach Plan, dann erschieße ich mich, wenn ich ganz genau weiß, was ich am 23.11. um 14.20 Uhr mache, das möchte ich nicht in meinem Leben. Also ich trotzdem frage mich jetzt, wie soll man diese Folge an Craziness und an Verrücktheiten in einem oder anderthalb oder zwei Jahren, dann werde ich hoffentlich die nächste machen, wie sollen wir das toppen mit vom Goldzahn bis zum, weiß ich nicht, langen Distanz-Triathlon bis zu 700 Kilometer an zwei Tagen Fahrrad fahren, Leuten 1,2 Millionen Schulden und faktisch pleite sein, um das dann wieder abzustrumpeln. Ey, es war ein brutales Paket wieder. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich hierher kommen darf und zuschweilen darf und wer auch immer jetzt noch zuhört, ist am Start. Und meine Handynummer noch, falls irgendjemand, ich habe ja noch einen anderen Schneidezahn, plus 1 949 245 4813, meldet euch, ich habe noch einen attraktiven Werbeplatz, ich habe tatsächlich noch einen freien Partner, also ich suche immer Partnerschaften, ich finde das lustig, wenn man da noch weitermacht. Alles klar, meldet euch. Ciao, ciao.